einen fantastischen guten abend wünsche ich euch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von mein deutschkurs ja mit johannes mit mir und mit euch ja herzlich willkommen schön dass ihr alle hier seid ich habe schon gesehen schauen wir mal ja rafael ist hier hallo grüß dich hallo gülsem und farah hallo nawai und jamila schönen guten abend auch an gladys und musa und malek und sia herzlich willkommen ihr werdet dann nachher noch möglichkeiten haben mit mir zu üben und hier eure kommentare dann hinzuschreiben ja aber bis es soweit ist sage ich noch mal hallo und schalte gleich mal auf den computer ja worum geht es heute heute geht es um wichtige grundlagen ja ich habe bei den hausaufgaben gesehen dass viele von euch schwierigkeiten mit dem dativ und mit dem akkusativ haben die fragen wem und wen er da kommt alles durcheinander ja deshalb schauen wir uns das nochmals gemeinsam an ich mache das ein bisschen größer und dann tippe ich gleich mal etwas in den computer und zwar ja ich muss petra fragen sie weiß das am besten ich muss petra fragen ja wie muss ich denn fragen damit ich petra als antwort bekomme ja ich schalte dazu jetzt euch ins bild und ja und dann schauen wir mal was er so schreibt hier sind dann eure kommentare aber ihr müsst meine frage beantworten und zwar wie muss ich fragen damit ich als antwort petra bekomme ich schreibe es auf wie muss ich fragen damit ich als antwort petra bekomme lusin hat schon eine idee und schreibt wer muss ich fragen bitte denkt noch mal kurz nach darüber was du geschrieben hast ja daniel meint wen muss man fragen wir brauchen hier den akkusativ wen oder was brauchen wir den akkusativ ja malik meint wen fragst du ganz genau wen fragst du das ist genau das was ich meinte wie muss ich fragen damit ich hier petra als antwort bekomme ja es geht um den akkusativ ganz genau daniel also ich stelle die frage zum beispiel wen musst du fragen ich muss petra fragen ich kann auch antworten mit petra muss ich fragen ja wenn wir sprechen dann sagen wir meistens nur ein wort ja petra aber die ganze formulierung ist dann petra muss ich fragen ganz genau gülsym wen muss ich fragen ganz genau so schauen wir noch mal kurz hierhin wie muss ich fragen damit ich als antwort petra bekomme und ja nächstes beispiel ja wie muss ich fragen damit ich in salzburg als antwort bekomme wie muss ich fragen damit ich in salzburg als antwort bekomme ich lese mal vor petra lebt und in salzburg 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 ist eine schöne stadt in österreich aber wie muss ich fragen damit ich in salzburg als antwort bekomme maruan es heißt hallo alle ja alles du begrüßt keine dinge ja gülsym schreibt wo lebt petra wo lebt petra wo lebt petra ja brisit herzlich willkommen auch an dich schreibt auch wo lebt petra malik meint wo lebst petra achtung wo lebt petra petra ist eine person ja deshalb hast du hier die form lebt ja hallo anna grüß dich navel schreibt wo lebt petra ganz genau bitte denkt daran dass du am satzanfang mit einem großbuchstaben beginnst ja aber ansonsten stimmt das so hallo adnan und malik korrigiert genau wo lebt petra ausgezeichnet ich schreibe es auch auf wo lebt petra ist die frage damit ich in salzburg als antwort bekomme jetzt gilt wieder ich kann sagen petra lebt in salzburg oder ich kann sagen in salzburg lebt petra ja beides ist möglich und beides ist hier korrekt genau wo lebt petra ja gerne brisit ja dankeschön auch an dich und lysin schreibt wo lebt petra genau ähm und ein fragezeichen dazu genau wo lebt petra hier haben wir die präposition in ja und einen ortspunkt einen ortspunkt petra lebt in salzburg wo lebt petra in salzburg das hier ist die präposition in plus ein dativ ja in salzburg das wort salzburg hat keinen artikel ja ich kann aber sagen in der stadt ja petra lebt in der stadt zum beispiel petra lebt in der stadt hier sehen wir einen artikel wort ja petra lebt in der stadt es ist immer noch wo lebt petra in der stadt sie lebt nicht auf dem land ja sie lebt nicht auf dem land hier ist auch ein artikel wort es ist ja das land im nominativ und jetzt haben wir hier den dativ dem land sie lebt nicht auf dem land auf ist auch eine präposition auf plus dativ so peter geht also jetzt nicht petra sondern peter geht in den park was muss ich fragen damit ich in den park als antwort bekomme ganz genau malig leben in plus dativ oder auf plus dativ genau es gibt noch andere präpositionen aber du kannst das so sagen ja peter geht in den park was muss ich fragen damit ich in den park als antwort bekommen maruan schreibt bitte immer einen ganzen satz auch einen fragesatz malig schreibt wohin geht peter gülsim schreibt wohin geht peter ja super sie schreibt das auch navel schreibt das auch und daniele schreibt das auch ausgezeichnet ja wohin geht peter mhm ja ganz genau wohin geht peter es ist eine bewegung ja es geht nicht um den ort sondern um diese bewegung und wenn es um die bewegung geht ja dann brauchen wir den akkusativ peter geht in den park oder peter geht in das haus man kann auch sagen ins haus ja oder peter geht in die schule ja das ist immer die frage wohin wohin geht peter peter hoppla hier fehlt ein haar ja peter geht ins haus oder in das haus peter geht in die schule hier haben wir immer den akkusativ es geht um die bewegung ja es geht um die bewegung und wenn es um diese bewegung geht dann brauchen wir den akkusativ zum beispiel gehen ja gehen geht aber auch mit dem dativ schaut mal peter geht auf der straße wo geht peter wo befindet sich peter wo ist der ort peter geht auf der straße was soll das er soll auf der straße auf dem bürgersteig gehen auf dem gehsteig gehen die straße ist für die autos da nicht für die fußgänger ja peter geht auf der straße oder peter geht auf dem steinboden nicht auf dem teppich ja also da geht es um den ort ja also da geht es um den ort aber wenn es um die bewegung dort hingeht dann brauchen wir den akkusativ ja peter geht auf die straße vorher war peter auf dem gehsteig man sagt auch bürgersteig ja ihr wisst das ist dieser fußgängerweg den es neben der straße gibt ja vorher war peter auf dem gehsteig jetzt ist er auf der straße er geht dort ich kann auch sagen er geht auf der straße ja das ist nicht falsch das ist korrekt die frage ist geht es um die frage wo oder wohin ja ist es die bewegung vom gehsteig auf die straße auf die straße ja dann haben wir den akkusativ bewegt sich peter auf einem bestimmten ort ja zum beispiel auf dem teppich dann kann ich sagen peter geht auf dem teppich er geht nicht auf dem steinboden er geht auf dem teppich er geht nicht auf dem holzboden er geht auf dem teppich wo befindet er sich während er geht ja das ist bitte nicht verwechseln dann gibt es noch etwas das sehr wichtig ist welche frage passt hier welche frage passt hier hier passt nur eine frage schreibt die frage bitte in den chat ja gülsüm da hast du recht das andere war wo ja wo geht peter peter geht auf dem teppich ja er befindet sich auf dem teppich und er geht ja so gülsüm schreibt wo ist peter brigitte meint wo ist peter daniele schreibt wohin geht peter malik meint auch wohin nahe meint auch wohin geht peter ja wir warten noch ein paar sekunden und dann gibt es die auflösung entschuldigung daniele schreibt noch peter geht in die schule oder zur schule ist in der schule wohin geht peter wohin peter wohin geht peter schauen wir uns gemeinsam an also in die schule hier haben wir die präposition in das wort schule ist feminin ja die schule im nominativ der schule im dativ der schule im genitiv und die schule im akkusativ also ist das die präposition plus akkusativ es ist eine bewegung wohin geht peter in die schule in die schule in die schule ja es ist eine bewegung wo ist peter in der schule zum beispiel wann hat peter keine zeit zum beispiel wenn er in der schule ist hat er keine zeit ja noch ein beispiel ja ein heiratsantrag ja da fragt jemand willst du mich heiraten ja das ist ein heiratsantrag so der alte mann hat der jungen dame einen heiratsantrag gemacht jetzt ist die frage wie muss ich fragen damit ich einen heiratsantrag als antwort bekomme ich schreibe es dazu wie muss ich fragen damit ich einen heiratsantrag als antwort bekomme hm ich glaube wir nehmen uns dazu ein paar ein bisschen zeit ich denke so eine minute und 30 sekunden reicht völlig bitte überlegt gut ja bevor ihr antwortet bitte überlegt gut ich starte die zeit aber zuerst muss ich sie resetten so jetzt geht's oder ja eine minute und 30 sekunden nehmen wir uns zeit wie muss ich fragen damit ich einen heiratsantrag als antwort bekomme ich sehe schon zwei antworten wenn auch du eine antwort hast schreib sie schnell auf und schick sie ab was ich ach na so alt bin ich dann auch wieder nicht hm 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 Brissett hat auch eine Idee. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, Lusin, was hat der alte Mann mit der jungen Dame gemacht? Mit der jungen Dame gemacht, ja. Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht, ausgezeichnet, ja, ganz genau. Ja, Daniela schreibt noch, was hat der alte Mann der jungen Dame gemacht? Mit der jungen Dame gemacht. Wir brauchen hier die Frage mit, ja. Es ist, du kannst das instrumental sehen, ja. Was hat er ihr angetan? Gut, das ist jetzt, wenn man fragt, was hat er ihr angetan, dann klingt das so negativ, ja. Ein Heiratsantrag ist ja was Positives. Aber was hat der Mann mit der jungen Dame gemacht, ja, oder für die junge Dame gemacht? Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Also, einen Heiratsantrag, ja, wen oder was hat er gemacht? Wenn ihr euch über Grammatik Gedanken macht, dann fragt immer auch zu diesem was das richtige andere Pronomen dazu, ja. Wie zum Beispiel, wen oder was hat er gemacht, beziehungsweise wer oder was hat was gemacht, ja. Ich schreibe euch diese Frage auf. Wer oder was hat wem, wen oder was gemacht? Ja, wenn man das, wenn man das hier so analysiert, der alte Mann, wer oder was, ja, nominativ, hat wem, der jungen Dame, wen oder was, gemacht? Wenn ihr euch diese Fragen stellt, dann ist es viel einfacher, die Struktur in den Sätzen zu erkennen. Also, wie muss ich fragen, damit ich einen Heiratsantrag als Antwort bekomme? Wenn es um Grammatik geht, dann kann ich sagen, wen oder was hat der alte Mann der jungen Dame gemacht, ja. Das kann ich mir mal so fragen und dann muss ich entscheiden, was passt hier? Passt hier wen oder passt hier was? Und ihr habt das richtig erkannt, das ist Akkusativ, ja, Gladys. Und das Zweite, was ihr richtig erkannt habt, war, wir fragen mit was, ja. Was hat der alte Mann der jungen Dame gemacht? Was hat der alte Mann mit der jungen Dame gemacht, ja. Also, wenn hier das mit fehlt, ist das nicht so schlimm, ja. Aber die Frage ist, sehe ich das instrumental, ja, oder sehe ich das als Aktion dieser Dame gegenüber, ja. Wurde dieser Heiratsantrag mit dieser Dame gemacht oder für die Dame gemacht, ja. Das kommt dann immer darauf an, wie man das sehen möchte. Aber man kann auch sagen, für die junge Dame gemacht, aber hier haben wir ja der, ja. Deshalb passt hierfür nicht. So, nächstes Beispiel. So, ich schreibe es auf. Genau, was hat der alte Mann gemacht? Ganz genau, Gladys. So, Silke war gestern beim Zahnarzt. Er musste bohren und es hat wirklich wehgetan. Hm, wie muss ich fragen, damit ich beim Zahnarzt als Antwort bekomme? Hm, wie muss ich fragen, damit ich beim Zahnarzt als Antwort bekomme? Ich denke, wir nehmen uns wieder kurz Zeit. Eine Minute reicht völlig, ja, das geht ganz schnell. Und heute, sehe ich, ist die Verzögerung ungefähr drei Sekunden, ja. Also, das geht ganz ratzfatz, ganz schnell. So, die Zeit ist hier. Ich muss das aktualisieren. Jetzt geht's los. Also, wo war Silke gestern? Schreibt Sia und Daniele meint, bei wem war Silke gestern? Hm, aha, aha, aha. Hm. Brigitte fragt, wo war Silke gestern? Navel schreibt, wo war Silke gestern? Noch 18 Sekunden. Bei wem war Silke gestern? Mein Gülzim und Lusin meint, bei wem war Silke gestern? Maruan schreibt, wo war Silke gestern? Ja, also, wie ist das jetzt richtig? Also, ihr könnt verschiedene Dinge fragen. Ihr könnt fragen, wo war Silke gestern? Beim Zahnarzt. Ja, das kann eine Antwort sein. Das kann auch eine Frage sein. Ihr wisst ja nicht, ob sie bei einer Institution war oder bei einer Person, ja. Wenn man sagt, beim Zahnarzt sein, dann meint man ja diese Institution, ja, diese Arztpraxis, ja, beim Zahnarzt. Man sagt ja dann nicht, ja, beim Doktor Franke oder sowas, ja. Oder bei Herrn Franke. Das sagt man ja nicht. Aber man sagt sowas wie beim Zahnarzt, ja. Natürlich ist auch das eine Frage, bei wem war Silke gestern? Ja, bei wem war Silke gestern oder bei wem war gestern Silke? Das ist dann die Frage, ja. War Silke bei jemandem oder war jemand bei Silke? Ja, da kann man dann das drehen. Aber wo war Silke gestern und wo, bei wem war Silke gestern? Beide Möglichkeiten sind korrekt und Silke, hm, was ist hier Silke? Ist das Nominativ, ist das Genitiv, ist das Dativ oder Akkusativ? Hm, welcher Kasus ist das? Silke. Nein, welchen Kasus hat das Wort Silke? Ich muss das so fragen, ja. Aber, ja, ist das Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ? Was glaubt ihr? Gülsim hat schon eine Antwort, aber vielleicht hast du dieselbe oder eine andere Antwort. Hm, Silke. Muss ich da fragen, wer? Muss ich da fragen, wessen? Muss ich da fragen, wem? Oder muss ich da fragen, wen? Um Silke als Antwort zu bekommen. Hm. Ja, ganz genau. Gülsim schreibt Nominativ, das ist korrekt. Malek schreibt das auch. Brigitte schreibt das auch. Bitte schreibt Nominativ groß. Daniele schreibt hier Nominativ. Ja, hier ist das Nominativ. In diesem Beispielsatz ist das im Nominativ. Nawel hat das auch korrekt. Und Gülsim beantwortet meine zweite Frage. Ausgezeichnet. Ganz genau. Wer war gestern wo? Ja, wer war gestern wo? Wer war gestern wo? Silke war gestern beim Zahnarzt. Ich könnte auch die Struktur so aufschreiben. Zum Beispiel bei wem war wer wann wo? Und jetzt könnte ich sagen beim Zahnarzt war Silke gestern. Äh, wieso habe ich da wo geschrieben? So, jetzt. Beim Zahnarzt war Silke gestern. Ja, wenn man diese Struktur aufschreibt, wenn man das erkennen kann, dann wird Deutsch viel einfacher. Wir machen noch ein Beispiel. Genau. Wer war gestern beim Zahnarzt? Ganz genau, Daniele. Das ist richtig. Genau so meinte ich das. Ja, das nächste Beispiel. Hoppla. Auf dem Rasen darf man nicht gehen. Der Hausmeister hat es verboten. Hallo Raida, grüß dich. Also, der Hausmeister hat es verboten. Auf dem Rasen darf man nicht gehen. Ja, auf dem Weg schon. Aber was muss ich fragen, damit ich auf dem Rasen als Antwort bekomme? Ich schreibe es wieder auf. Was muss ich fragen? Damit ich auf dem Rasen als Antwort bekomme. Auf dem Rasen. Malek schreibt, worauf darf man nicht gehen? Wo darf man nicht gehen? Worauf darf man nicht gehen? Aha. Hier ist wieder das ähnlich. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man fragen kann. Mhm. Wo darf man nicht gehen? Worauf darf man nicht gehen? Wo darf man nicht gehen? Super. Ja. Wohin darf man nicht gehen? Achtung, Brigitte. Und die Frage ist, welchen Ort darf man nicht betreten? Ja. Da geht es um einen Ort. Um einen Ort. Lusin schreibt, wo darf nicht gehen? Achtung, du hast das Pronomen man vergessen. Nawel schreibt, worauf darf man nicht gehen? Ja, ganz genau. Zum Beispiel, also auf dem Rasen darf man nicht gehen. Wo darf man nicht gehen? Darf ich den Rasen betreten? Ja, jetzt könnte ich fragen, darf ich den Rasen betreten? Dann könnte die andere Person sagen, auf dem Rasen darf man nicht gehen. Also, wo darf man nicht gehen? Wohin darf ich nicht gehen? Ja, auf den Rasen darf ich nicht gehen. Ja. Darf ich den Rasen betreten? Nein, du darfst den Rasen nicht betreten. Achtung, hier geht es um die Bewegung. Ja, aber hier geht es um den Ort. Ja, auf der Straße darfst du nicht spielen. Ich schreibe das auf. Das ist ähnlich. Auf der Straße darfst du nicht spielen. Oder wenn wir das Pronomen man verwenden. Auf der Straße darf man nicht spielen. Ja, das gilt für alle. Für Männer, für Frauen, für Kinder, für alle Personen. Auf der Straße darf man nicht spielen. Wo darf man nicht spielen? Auf der Straße. Wo darf man nicht gehen? Auf dem Rasen. Ja, hier geht es um den Ort, nicht um die Bewegung. Auf der Straße darf man nicht spielen. Auf dem Rasen darf man nicht gehen. Hm, auf dem Teppich, auf dem neuen Teppich, darfst du nicht tanzen. Ja, sonst ist der neue Teppich sofort wieder kaputt. Ja, die Frage ist, wo. Ja, aber hier darf ich den Rasen betreten. Darf ich dort hingehen? Eine Bewegung, ja, darf ich das? Nein, dort darf man nicht hingehen. Ja, nein, du darfst den Rasen nicht betreten. Was darf man nicht betreten? Den Rasen. Rasen. Ausgezeichnet, Riyad. Ja, ganz genau so geht das. Was hat der Hausmeister verboten? Ja, das ist auch eine Frage, die man beantworten kann. Und die Antwort ist das, ist dann, auf dem Rasen darf man nicht gehen. Der Hausmeister hat es verboten. Was hat der Hausmeister verboten? Was hat der Hausmeister verboten? Der Hausmeister hat verboten, auf dem Rasen zu gehen oder zu spielen. Ja, auf dem Rasen. Wo darf man das nicht tun? Ja, bitte passt hier gut auf. Das ist sehr wichtig, denn nur dann klappt das. Ja, nur dann kann man das gut verstehen. Wohin geht Peter? Ich glaube, du beginnst schon bei der Wiederholung. Ja. Brigitte schreibt noch, ah ja, jetzt habe ich es richtig verstanden. Sehr gerne, sehr gerne. Die Emojis kann man noch nicht sehen, die muss ich erst einfügen. Ja, aber danke, ich weiß, was du geschickt hast. Dankeschön. So, nächstes Beispiel. Im Kindergarten waren gestern sehr viele Erwachsene, weil es den Tag der offenen Tür gab. Der Tag der offenen Tür, ja, das ist eine Veranstaltung, da kann jeder hinkommen und sich den Ort ansehen. Ja, jetzt wisst ihr, was das ist, aber jetzt ist die Frage. Wie frage ich, um viele Erwachsene als Antwort zu bekommen? Was muss ich fragen, damit ich viele Erwachsene als Antwort bekomme? Im Kindergarten waren gestern sehr viele Erwachsene, weil es den Tag der offenen Tür gab. Hm, Sia und Daniele haben schon eine Antwort geschrieben. Hm, aber ist das auch korrekt? Gibt es noch weitere Antworten von euch? Oder war das schon alles? Hm, Gleddy schreibt auch noch, wer war es gestern? Nein, wer war es gestern? Das stimmt so nicht. Brigitte schreibt, wer waren gestern im Kindergarten? Hm, Aswan, du hast es missverstanden. Das ist die Antwort. Ich weiß schon, du fragst, warum gab es gestern viele Erwachsene im Kindergarten? Da ist dann die Antwort, weil es den Tag der offenen Tür gab. Schauen wir uns das an. Also, viele Erwachsene ist die Antwort. Wer war gestern im Kindergarten? Wer war gestern im Kindergarten? Wir fragen immer im Singular. Ja, wer war gestern im Kindergarten? Petra, Thomas, Brigitte und Heinz, Sarah, Ahmad und Ranat. Ja, es gibt immer die Frage im Singular. Wer war gestern im Kindergarten? Und als Antwort gibt es dann viele Erwachsene. Wenn man den Satz zu Ende schreiben möchte, schreibt man noch, also viele Erwachsene waren gestern im Kindergarten. Ja, ich gebe das auf eine Seite, dann kann man das besser sehen. Ja, hier kann man es sehen. So, wer war gestern im Kindergarten? Viele Erwachsene waren gestern im Kindergarten. Wer war gestern im Kindergarten? Ja, ganz genau. Wer war gestern? Nicht waren? Bitte zuhören. Wir stellen Fragen im Singular. Wir stellen Fragen im Singular. Hattet ihr viel Besuch? Ja, viele Erwachsene waren gestern im Kindergarten. Ja, zum Beispiel. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt nochmal zurück hier. Im Kindergarten waren gestern sehr viele Erwachsene. Eigentlich ist ja die Antwort sehr viele Erwachsene. Sehr viele Erwachsene waren gestern im Kindergarten. Aber jetzt, es gab von Gladys schon die Frage, ja wie ist das jetzt mit den Objekten? Ja. Hm. Im Kindergarten. Wo? Präposition plus Dativ. Wann, gestern, Adverb der Zeit. Sehr viele Erwachsene. Viele Erwachsene. Viele ist ein Artikelwort. Erwachsene ist Plural. Wer oder was war dort? Ja. Wer oder was? Viele Erwachsene. Sehr viele Erwachsene. Sehr viele Erwachsene. Sehr viele Erwachsene. Weil es den Tag der offenen Tür gab. Vorher hat schon jemand geschrieben, warum waren gestern sehr viele Erwachsene im Kindergarten? Ja. Ich schreibe die Frage auf. Warum waren gestern sehr viele Erwachsene im Kindergarten? Weil es den Tag der offenen Tür gab. Ja. Dann ist das hier die Antwort. Weil es den Tag der offenen Tür gab. Komma. Waren gestern sehr viele Erwachsene im Kindergarten? So. Daniela schreibt noch. Wann waren sehr viele Erwachsene im Kindergarten? Ganz genau. Gestern. Exakt. Ja. Ja. Ganz genau. So funktioniert das. Ihr könnt Sätze nehmen und könnt sie selber abfragen. Ja. Ich schreibe noch was auf. Und zwar. Maria und Markus haben sich, weil sie sich gelangweilt haben, einen Film angesehen. Ja. Ja. Das hier ist ein Einschub. Ja. Man kann weil auch einschieben. Das geht auch. Aber der Hauptsatz ist, Maria und Markus haben sich einen Film angesehen. Ja. Und man kann dieses weil auch einschieben. Jetzt ist die Frage. Ja. Bitte beantworte diese Frage. Schreib einen vollständigen Satz. Ja. Bitte schreib nicht nur einfach ein Wort. Ja. Sondern schreib einen vollständigen Satz. Wir nehmen uns dazu eine Minute Zeit. Ich starte dazu wieder den Zähler. Und die Zeit läuft ab jetzt. Also. Was haben sich Maria und Markus, weil sie sich gelangweilt haben, angesehen? Schreib bitte einen vollständigen Satz. Ja. Und schreib so viel wie möglich. Was haben sich Maria und Markus, weil sie sich gelangweilt haben, angesehen? Schreib einen ganzen Satz als Antwort. Ja. Einen Satz. Stell dir vor, dich fragt jemand. Bitte beantworte diese Frage. Schreib einen ganzen Satz. Wir nehmen uns nochmals eine Minute Zeit. Ja. Vielleicht habt ihr das falsch verstanden. So. Was haben sich Maria und Markus, weil sie sich gelangweilt haben, angesehen? Wir nehmen uns nochmals eine Minute Zeit. Und schreib so viel wie möglich. Den Film ist kein ganzer Satz. Sie hat schon eine Antwort. Lusin hat auch einen Vorschlag. Maruan hat auch einen Vorschlag. Jetzt schnell abschicken. Und wir schauen es uns gemeinsam an. Die Frage war, was haben sich Maria und Markus, weil sie sich gelangweilt haben, angesehen? Ja. Also die Antwort ist natürlich einen Film. Ja. Aber einen Film ist kein ganzer Satz. Einen Film haben sich Maria und Markus angesehen. Ich muss das M noch groß machen. Da habe ich mich vertippt. So. Einen Film haben sich Maria und Markus angesehen. Die kürzeste Antwort ist, wenn es ein ganzer Satz sein soll. Einen Film haben sie sich angesehen. Ja. Das ist die kürzeste Möglichkeit. Aber ich habe gesagt, so viel wie möglich. Einen Film haben sich Maria und Markus angesehen. Einen Film haben sich Maria und Markus, weil sie sich gelangweilt haben, angesehen. Ja. Natürlich kann ich auch den Satz vervollständigen und den Einschub mit hineinnehmen. Aber das ist die kürzeste Möglichkeit, um einen vollständigen Satz als Antwort zu sagen. Wir brauchen das Subjekt und das Prädikat. Ja. Und natürlich die Antwort. Ja. Einen Film ist die Antwort. Und haben sie sich angesehen, ist dann der Rest, um den Satz zu vervollständigen. Gößim schreibt, sie haben einen Film angesehen, weil sie sich gelangweilt haben. Naja, was antwortest du? Antwortest du auf die Frage, wer hat sich einen Film angesehen? Ich zeige euch was. Schaut mal. Ich schreibe was auf. Maria und Peter haben einen Film angesehen. Wenn die Frage ist, was haben sie sich angesehen, dann antwortest du so. Einen, hoppla, einen Film. Haben sie sich angesehen? Wer hat sich einen Film angesehen? Maria und Peter haben einen Film angesehen. Verstehst du, was ich meine? Die Antwort ist am Beginn. Die Antwort ist am Beginn. Einen Film haben sie sich angesehen. Wer hat sich einen Film angesehen? Das passt nicht zusammen. Wenn ich jetzt, wenn da steht, wer hat sich einen Film angesehen und ich schreibe, einen Film haben sich Peter und Maria angesehen, dann ist zwar auch alle Information in diesem Satz drin, aber auf die Antwort muss man bis zum Schluss warten. Besser ist, Peter und Maria haben sich einen Film angesehen. Bitte passt ihr gut auf. Das ist sehr wichtig. Bitte antwortet gleich mit der Antwort. Sagt aber das andere dazu, damit die Leute wissen, dass ihr gut aufgepasst habt. Ich sage mal so. So, liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr jederzeit in den Kommentaren eure Fragen stellen. Falls ihr beim Sprechen mitmachen wollt, dann kommt zu uns auf Facebook. Da sprechen wir immer. Es gibt auch ein paar Sprechen-Videos hier auf YouTube. Ja, was gibt es demnächst hier? Demnächst gibt es hier weitere Trainingseinheiten. Also, abonniere den Kanal, wenn dich das interessiert. Falls die Qualität für dich zu schlecht ist, dann musst du einmal auf Aktualisieren tippen. Dann wird es vielleicht besser. Oder kauf dir ein besseres Gerät. So, also. Ich habe hier 60 Bilder in der Sekunde und Voll HD. Also, an mir liegt es nicht. Was gibt es noch? Morgen gibt es auf Facebook. Mein Deutschkurs Sprechen mit ganz tollen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und am Freitag gibt es auch auf Facebook Mein Deutschkurs Sprechen mit ganz besonderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja, ich darf mich bei euch bedanken. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich schon auf das nächste Mal. Kommt gut durch den Tag, kommt gut durch die Nacht oder anders gesagt. Ich wünsche euch einen fantastischen restlichen Tag. Bis bald. Auf Wiedersehen und alles Gute. Bis bald.